Ganz schnell. Signal hier rein von Platte. Einmal zwei das normale Plattensignal, aber wir haben noch zwei weitere Kanäle und wie du siehst hier ein USB-Kabel. Das USB-Kabel ist natürlich hier mit dem Laptop verbunden, was bedeutet, dass wir letzten Endes über das Ansteuern, der, das müssen wir natürlich erstmal Lied reinmachen. Ihr scratcht dann sozusagen MP3s. Ja, also hier ist ja nur ein Piepton drauf. Das ist alles, was auf der Schallplatte in echt drauf ist. Und es reagiert ja normal wie eine Schallplatte, weil es läuft entweder schneller oder langsamer. Und das reicht halt dem Computer, um zu wissen, die Nadel liegt hier, da oder da oder da oder da und darüber legst du dann einfach nur noch das Lied, was auf der Festplatte ist. Und das gibt er dann wiederum hier aus und du schiebst es ins Mischpult und das war's. Geil. Also es ist wirklich total easy. Ihr seht hier lieb, läuft es halt mit, hält es halt an. Das ist geil. Ja, vielen Dank. Bitte.